Alfred Wegener Teil 2 Sein Werk Die Kontinentalverschiebung Deutschland Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik Hallo liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor. Hier ist die alphabetische Übersicht. Dieser zweite Teil des Kapitels zeigt das Werk von Alfred Wegener, die Entwicklung der Theorie der Kontinentalverschiebung, ihre Hintergründe und Auswirkungen und schließlich die späte Bestätigung. Zur Biografie von Alfred Wegener verweise ich auf den ersten Teil. Alfred Wegener zu seinem Werk und dessen Wirkung Einzelne Wissenschaftler hatten bereits vor Alfred Wegener eine Theorie der Bewegung von Kontinenten erstellt. Wegener konnte sie allerdings durch zusätzliche Erkenntnisse besser untermauern. Alfred Wegener kam seit dem Herbst 1911 durch die Ähnlichkeit des Küstenverlaufs von Südamerika und Afrika, übrigens noch deutlicher durch die Konturen der Kontinentalschälfe der Festlandsockel hier im Bild und zusätzlich durch paläontologische Übereinstimmungen zu der theoretischen Annahme eines Urkontinents, den er Pangea taufte. Dieser riesige Kontinent umfasste alle Festlandsanteile der Erde und zerbrach am Ende des Erdaltertums im Perm. Seine Teile drifteten auseinander bis heute, hier zeichnerisch dargestellt. Allerdings konnte Wegener die Ursache für die Kontinentaldrift nie beweisen. Er spekulierte über die Zentrifugalkraft der Erdrotation, hier eine Animation. Er diskutierte unter anderem auch die Kräfte der Gezeiten als Treiber, was damals als zu schwach abgelehnt wurde, aber neuerdings sogar wieder diskutiert wird. Alfred Wegener benutzte die erst vor kurzem entdeckte natürliche Radioaktivität durch Antoine-Henri Becquerel um 1900 hier im Bild und in Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Curie, also er benutzte diese als Erklärung für die zunehmende und nicht abnehmende Wärme des Erdinneren. Er widersprach damit dem bis dahin behaupteten Abkühlungs- und Schrumpfungsprozess der Erde. Das deutsche Forschungsschiff Meteor bildete durch die brandneuen Echolot-Messungen 1924 bis 1927 erstmals die Topografie des mittelatlantischen Rückens ab, hier im Bild. Statt der erwarteten, versunkenen, queren Landbrücken fand man einen längst verlaufenden, jungen Gebirgszug in der Mitte des Atlantik. Alfred Wegener fand viele geologische Übereinstimmungen an Gesteinen und Gebirgszügen auf beiden Seiten des Atlantik, sowie auch in Indien, Madagaskar und Ostafrika. Fossilien von Pflanzen und Tieren auf beiden Seiten des Ozeans zeigten Übereinstimmungen, hier einige Beispiele im Bild. Auch rezente Tierarten wie die Manatis oder Seekühe und Beuteltiere finden sich auf beiden Seiten des Ozeans. Bisher war das Vorkommen bestimmter gleichartiger Fossilien auf beiden Seiten des Atlantik mit der Landbrückenhypothese erklärt worden und die Theorie des Fixismus der festen Lage der Kontinente war bestimmend. Weitere Argumente für eine Wanderung der Kontinente waren Kohlevorkommen in der Antarktis als Überreste tropischer Wälder, sowie Fossilien von Bäumen auf Spitzbergen, die heute im Mittelmeergebiet vorkommen. Das Fossil eines Raubwales in der Sahara, hier im Bild, ist nur durch die Wanderung von Meeresbecken und Kontinenten zu erklären. Es fanden sich auch Hinweise darauf, dass die Sahara einst von Gletschern beleckt war, als sie nämlich vor 500 Millionen Jahren in der Nähe des Südpols lag. Die jungen Kettengebirge wie die Cordilleren, die Alpen oder der Himalaya hier im Bild sind nach dieser Theorie durch das Zusammenschieben der Kontinente wie eine Bugwelle entstanden. Diese schöne Grafik zeigt, wie die Indische Platte weit von Süden kommt und am Ende ihrer langen Wanderung schließlich gegen die Eurasische Platte prallt und dabei den Himalaya aufwölbt. Alfred Wegener nannte den Urkontinent, in dem alle Kontinentalmassen vereint waren, Pangea, alles Land, von Griechisch Pan für alles und Gaia für Erde oder Land. Er postulierte das Auseinanderbrechen dieses Kontinentes, hier in der Animation am Beispiel für Neuseeland zu sehen, in einem nördlichen und in einem südlichen Teil vor etwa 200 Millionen Jahren. Später wurden diese Teile Laurasia und Gondwana-Land genannt. Neuseeland war nicht immer ein Inselreich. Es gehörte bis vor 200 Millionen Jahren zum Urkontinent Pangea, der in die Kontinente Gondwana und Laurasien zerfiel. Gondwana spaltete sich weiter auf, die einzelnen Teile drifteten auseinander. Vor etwa 85 Millionen Jahren trennte sich die Landmasse ab, aus der sich später Neuseeland formte. Seitdem entwickelte sich hier eine von anderen Landflächen unabhängige Tier- und Pflanzenwelt. Alfred Wegeners Kontinentalverschiebungstheorie wurde zu seinen Lebzeiten und noch Jahrzehnte nach seinem Tod heftig und auch unsachlich abgelehnt, besonders von den führenden Geologen in Deutschland. Das Problem an Wegeners Theorie zu seiner Lebenszeit war zweierlei. Erstens, der direkte Nachweis der Kontinentalverschiebung, der schon von Wegeners selbst gefordert wurde, konnte damals nicht erbracht werden. Das wurde erst möglich durch geodätische, also landvermessende, Messungen von Satelliten ab den 1960er Jahren. Immerhin handelt es sich hierbei ja um winzige Veränderungen der kontinentalen Messpunkte, die aus großer Höhe permanent kontrolliert werden müssen. Die Genauigkeit wurde durch den Einsatz der GPS-Satelliten, hier eine Animation dazu, seit den 1990er Jahren noch einmal verbessert. Das Auseinandertreiben Amerikas von Europa und Afrika als Beispiel beträgt zur Zeit etwa 2,5 cm pro Jahr. Zweitens konnte der Motor, die Ursache für die wirkenden Kräfte, damals noch nicht erklärt werden. Zunächst durch Einzelbeobachtungen und dann zunehmend ab 1960 wurde durch Beobachtungen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen klar, dass die Konvektionsströme des Erdmantels der wahrscheinliche Motor für die Plattentektonik sind. Die feste Lithosphäre schwimmt auf der zähflüssigen Asthenosphäre, hier im Schema. Die Mantelkonvektion ist der Motor der Kontinentalverschiebung. Als Mantelkonvektion bezeichnet man langsam ablaufende Umwälzungen des festen Erdmantels, sogenannte Konvektionsströme, hier abstrahiert schematisch dargestellt. Die Mantelkonvektion ist eine thermische Konvektion, bei der die Heizung von unten durch den Erdkern erfolgt, der dadurch gekühlt wird. Die Wärme wird nach oben abgegeben zur Erdkruste und zur Atmosphäre. Die Umwälzungen dieser gewaltigen Massen laufen sehr langsam ab. Die Dauer eines gesamten Umlaufes des Mantels der Erde dauert 240 Millionen Jahre. Der konvektierende Erdmantel ist dabei trotz hoher Temperaturen nicht flüssig, sondern fest oder zähplastisch wegen des hohen Druckes. Die kontinentale Erdkruste und die ozeanische Erdkruste liegen auf dem lithosphärischen Mantel, dem festen Anteil des oberen Erdmantels hier schematisch gezeigt. Die Erdkruste und der lithosphärische Mantel schwimmen isostatisch, also im Gleichgewichtszustand, auf der Asthenosphäre, von griechisch Astenes, kraftlos schwach, und Sphära, die Kugel. Die Asthenosphäre ist eine zwar feste, aber plastisch verformbare, heiße Gesteinsschicht des äußeren Erdmantels, auf der sich die leichteren Lithosphärenplatten verschieben, mit 0 bis etwa 10 cm pro Jahr. Eine Erläuterung zur Ozeanbodenspreizung. Hier schematisch animiert. In der Mitte der Ozeane reißt die Erdkruste auf. Heißes Magma des oberen Erdmantels strömen nach oben, formt eine neue Kruste und treibt die Kontinente auseinander. Diese sogenannte Ozeanbodenspreizung schafft die mittel-ozeanischen Rücken, englisch Mid-Oceanic Ridge, M-O-R, als Teil der ozeanischen Erdkruste. Dies sind also vulkanisch aktive Gebirgszüge in der Tiefsee, die sich entlang der Nahtlinien zweier auseinanderstrebender, divergierender Lithosphärenplatten erstrecken. Während die neue Kruste abkühlt und an Mächtigkeit zunimmt, wird sie vom Ursprungsort weggedrückt und wandert zusammen mit der schon älteren Kruste fließbandartig nach außen. Die Geschwindigkeit dieser Spreizungsrate kann nach Ort und Zeitalter sehr verschieden sein. Daher war auch die Aufwölbung und Höhe der mittel-ozeanischen Rücken früher verschieden und führte zu einer Änderung der weltweiten Meeresspiegel. Hohe Spreizungsraten führten zu erhöhten Meeresspiegeln und umgekehrt. Im Jura und in der späten Kreidezeit als ein Beispiel lag der Meeresspiegel 270 Meter höher als heute. Der sogenannte Paleomagnetismus liefert weitere Beiträge. Man findet symmetrische Muster der Restmagnetisierung der ozeanischen Kruste, die von den mittel-ozeanischen Rücken ausgehen, hier im Schema. Sie unterstützen das Modell der Plattentektonik und lassen Rückschlüsse auf frühere Phasen des Erdmagnetfeldes zu, insbesondere auf die Umpolungen oder sogenannten Polsprünge. Interessant sind auch die Wanderungen der magnetischen Pole, die man nachweisen kann, oder aber eben der Kontinentalplatten unter den Magnetpolen. Das neue Modell der Plattentektonik mit dem Kernstück der alten Theorie der Kontinentaldrift besagt, dass die Lithosphärenplatten der Erdkruste mit ihren Kontinenten und Ozeanen auf der plastischen Asthenosphäre des Erdmantels schwimmen, zusammenstoßen und sich wieder trennen. So sind im Laufe der Erdgeschichte mehrere Superkontinente entstanden, zuletzt die von Alfred Wegener hypothetisch postulierte Pangea im Erdzeitalter Perm und auch wieder auseinandergebrochen. Hier ein Schema, das den verwirrenden Tanz der Kontinente mit den Kratonen, ihren festen felsigen Herzen, für die letzten tausende Millionen Jahre zeigt. Zur Verkürzung unterlasse ich eine genauere Betrachtung einer besonderen Form der Konvektion des Erdmantels, und zwar der Diapire oder Mantelplums von Englisch, Feder, Fahne. Das sind pilzartige Auftreibungen heißen Materials im Erdmantel. Sie sind häufig verantwortlich für hochgelegene Magmakammern unter Supervulkanen, auch außerhalb der Plattengrenzen. Hier als ein Beispiel dafür Yellowstone im Bild. Zu einer weiteren Erklärung. Der innere Aufbau der Erde besteht aus konzentrischen Kugelschalen, deren Material jeweils eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung und damit auch eine unterschiedliche Dichte aufweist. Die leichteste und von allen auch dünnste Kugelschale mit der geringsten Dichte liegt am weitesten außen und ist die Erdkruste. Diese äußerste, feste Schale der Erde ist im Durchschnitt 35 Kilometer dick. Sie wird in eine ozeanische Kruste und in eine kontinentale Kruste unterteilt. Darunter liegt der Erdmantel. Dieser wird unterteilt in den oberen Mantel, eine Übergangszone und den unteren Mantel. Darunter folgt der Erdkern. Wir befassen uns hier nur mit der Erdkruste und dem oberen Mantel. Die beiden werden in einem anderen Modell auch zur Lithosphäre zusammengefasst. Von griechisch Lithos für Stein und Sphära die Kugel. Die Erdkruste trägt unsere gesamte Biosphäre. Hier wird sie am Rand eines Kontinents schematisch dargestellt. Die Erdkruste wird unterteilt. Die kontinentale Kruste bildet die Kontinentalblöcke oder Kontinentalschollen und ist im Durchschnitt 35 Kilometer dick. Unter Gebirgen auch bis zu 80 Kilometer. Sie besteht aus großen Anteilen von Sauerstoff, Silizium und Aluminium und wird vereinfacht als Sial-Schicht bezeichnet. Sie ist etwas weniger dicht, leichter und schwimmt auf. Die ozeanische Erdkruste bildet den Boden der Meere und ist im Durchschnitt 7 Kilometer dick. Sie besteht aus großen Anteilen von Sauerstoff, etwas weniger Silizium, etwas mehr Magnesium und wird daher Sima-Schicht genannt. Sie ist etwas dichter, schwerer und taucht an Plattenkränzen ab. Sie subduziert. Alles das war schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Daher konnten die Kontinente und die vermuteten Landbrücken durch die isostatischen Gesetze nicht im Untergrund verschwinden, sondern sie schwammen auf dem dichteren ozeanischen Grund auf, hier im Schema dargestellt. Passend dazu war auch zu beobachten, dass Skandinavien nach dem Abschmelzen des niederdrückenden Eisschildes nicht absank, sondern messbar wieder auftauchte. Die ozeanische Erdkruste taucht also an der Plattengrenze bei der Kollision mit einer kontinentalen Erdkruste unter diese ab. Subduktion, hier schematisch gezeichnet. An der Oberfläche des Meeresbodens zeigt sich dann dort eine Tiefseerinne oder ein Tiefseegraben. Solche Tiefseegräben sind die tiefsten, natürlich vorkommenden Abschnitte der Erdoberfläche. Der tiefste von allen ist der Marianengraben im Pazifik mit 11.000 Metern Tiefe. Beim Absinken wird das Krustenmaterial wieder mineralisch umgewandelt oder sogar eingeschmolzen und der Kreislauf beginnt von Neuem. Heute gibt es sieben große Lithosphärenplatten. Hier eine ergänzende, etwas andere Darstellung mit den Plattengrenzen. Die Grenzzonen der Platten sind wegen der Bewegungsvorgänge mit dem Untertauchen und Emporheben, dem Verhaken und Aneinanderreiben geologisch hochaktiv mit Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Gebirgsbildungen und Grabenbrüchen, hier schematisch angedeutet. Die Art einer Plattengrenze hat einen großen Einfluss auf die Art der Erscheinungen an der Erdoberfläche. Es gibt konvergente Grenzen, also kollidierende, zusammenstoßende Platten und divergente Grenzen, also auseinandertreibende, auseinanderreißende Platten. Hier im Bild ist eine schöne Fleißarbeit, die über 35 Jahre alle Erdbeben der Welt auflistet und tatsächlich sehr genau die Plattengrenzen nachzeichnet. Hier ein Bild zum sogenannten pazifischen Feuerring. Es handelt sich dabei, wie es bekannt ist, um einen riesigen Kranz von hochaktiven Vulkanen. Dies kommt zustande dadurch, dass der pazifische Ozean in seinem Meeresboden gebildet wird von einer großen ozeanischen, also schwereren Platte, die an ihren Rändern subduziert untertaucht unter die umgebenden und aufschwimmenden Kontinente. Das Resultat sind tiefe Meeresgräben und viele aktive Vulkane. Hier ein Blick auf den bekannten San Andreas Graben in Kalifornien mit immerhin 1300 Kilometer Länge. Zugrunde liegt eine Transformerstörung, also eine Störung, in der zwei Platten aneinander vorbeigleiten, aneinander reiben, in diesem Falle die pazifische und die nordamerikanische Platte. In historischer Erinnerung ist noch das verheerende Erdbeben in San Francisco von 1906. Von Alfred Wegener stammen aber auch weitere wichtige Arbeiten. Nach dem Einschlag des Meteors von Treisa 1916, siehe Teil 1 in der Biografie, führte Wegener Experimente über die Entstehung von Einschlagkratern durch, die ebenfalls für seine Zeit neu und wegweisend waren. In der Meteorologie führte Alfred Wegener den Begriff der Turbulenz ein und ein Konzept der geschichteten Atmosphäre. Als erster beschrieb er die Fata Morgana hier im Bild richtig, als Lichtspiegelung an der Grenze zwischen zwei unterschiedlich dichten Luftschichten. Zu den Würdigungen Nach seinem Tod und der Bestätigung seiner Theorien etwa ab 1960 erfolgten zahlreiche Ehrungen. Das 1980 gegründete Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven hier im Bild trägt seinen Namen, ebenso wie Schulen und Straßen und mehrere Halbinseln, Inseln und Gebirge in Grönland und der Antarktis. Diese bekannte deutsche Forschungsstation für Polarforschung Neumeier III in der Antarktis wird vom Alfred-Wegener-Institut federführend mitbetrieben. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise besonders auf den ersten Teil mit der Biografie von Alfred Wegener, sowie auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Forschertrang und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die wie Alfred Wegener wagemutig und visionär waren und unser Verständnis von der Welt entscheidend verbessert haben. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über neue Erscheinungen informiert.